Florian Silbereisen, Auszeit. So will er seine Liebe retten. Florian Silbereisen will kürzer treten. Hat er gemerkt, dass seine ständigen Jobverpflichtungen seiner Beziehung nicht gut tun? Er hat die Koffer schon wieder gepackt, in der Karibik in Südamerika dreht Florian Silbereisen, 42, fürs Traumschiff. Und danach? Hat er erstmal frei. In diesem Jahr soll für ihn alles anders werden, Auszeiten für die Liebe statt Hetze von Job zu Job. Florian Silbereisen, er will sich privat mehr Zeit nehmen, für die Liebe? Die große Sorge der Fans, wirft er alles hin? Geht er beim Traumschiff von Bord? Denkbar wäre es. Denn sein Vertrag läuft erstmal nur bis Ende 2024 und für die letzten Folgen wehte ihm heftiger Wind ins Gesicht. Hinzu kommt, als Kapitän Paulger durfte er endlich mal auf Kuschelkurs sein, Knutsch-Szenen inklusive. Wurde ihm da vielleicht klar, dass er viel zu wenig Zeit hatte für sein privates Glück? Es ist das erste Mal, dass ich längerfristig privat und beruflich planen kann, sagt Florian im Interview. Knapp acht Wochen geht er von März bis Mai noch auf die das große Schlagerfest XXL zum Jubiläum-Tournee. Dann wieder Pause. Der MDR strich ein Paar seiner Schlagershows aus dem Programm. Das kommt ihm wohl ganz gelegen. Ein Grillabend mit Sarah, 34, ein Kaffee mit Helene, 39, ein Küsschen für Beatrice Egli, 35, endlich hat er wieder Zeit für seine Herzdamen. Knapp Knapp